Es ist ein purer, mellow High. Aber ich bin auch über die Monster. Monster? Ich meine... Ich bin sicher, dass sie nichts ernstes sind, aber ich lasse sie nie zu nahe. Oh, Duh! Ich wollte gerade sagen, aus irgendeinem Grund mitten in der Pampa. Nee, es ist sogar gar nicht irgendein Grund. Sondern hier habe ich die letzte Fremde- und Freaks-Mission mit ihm abgeschlossen. Er stand allerdings nackt, beziehungsweise nur mit der Unterhose bekleidet hier rum. Jetzt hat das Spiel das auf der einen Seite sehr realistisch gemacht, dass es mich beim Charakterwechsel wieder dorthin katapultiert hat, weil Michael kann ja in der Zeit nicht so weit gekommen sein. Aber dass er natürlich auf einmal wieder einen Anzug trägt, ist wiederum schwer verdächtig. Egal, ich suche mir jetzt mal auf der Karte die nächste Fremde- und Freaks-Mission. Aber da ich mitten in der Pampa bin, sind hier mehr Trevor- und teilweise auch Franklin-Missionen. Also muss ich wohl zurück in die City. Hier. Das ist, glaube ich, dieser Brunnenplatz. Und gucken wir mal, wer da auf uns wartet. Kein Problem. Ich habe einen da in ein paar Minuten. Das ist der Fahrrad, mein Mann. So, da bin ich auch hier an dem Platz angekommen. Mal gucken, wer oder was da auf mich wartet. Das blaue Fragezeichen ist rechts. Ah, hier, schau mal. Da hockt einer an dem Tisch. Na, was verkaufst du? Entschuldigung. Entschuldigung. Könnte ich mit dir ein paar Sekunden sprechen? Was für was du sprachst? Ich spreche über eine Hotline. Direkt nach Höhen. Das ist der Fahrrad. Das ist der Fahrrad. Ja. Das ist das, was ich spreche. Das ist der Fahrrad. Das ist der Fahrrad. Das ist der Fahrrad. Das ist der Fahrrad. Das ist die Demokratie. Das ist die Demokratie, mein Mann. Die Demokratie kann meine Brühe. Die Demokratie nur funktioniert, wenn es die Leute intelligenten machen, was sie wollen. Das ist die Demokratie von morons. Ja, ich habe Dinge, die in einem kleinen Ort im Raum zu verhören. Du willst du schraubst? Nein, ich bin ein Drogen. Das ist nicht die Brühe. Das ist die Manna. Und ich habe es selbst. Keine Paranoia. Keine Weirdness. Ein Passport zur Nirvana. Fuck, gib mir das. Ja, hier. Du fühlst es. Nein, ich spreche jeden Tag. Und ich bin gut. Es ist ein purer, mellow High. Aber ich bin auch über die Monster. Ja. Ich meine... Ich bin sicher, dass sie nichts ernstes sind. Aber ich lasse sie nie zu nahe. Oh, der... Fuck! Ist das? Oh, shit! Was ist los? Oh, was zur Hölle ist das? Ja, das ist doch mal ein Grastrippenordentlicher, hm? Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Ja, das ist mal ein richtig ordentlicher Trip. Oh, hinter mir. Oh, da oben. Alter, der hat auf mich geschossen, der Sack, hä? Oh, Alter! Alter! Und ich kann ja auch noch sterben. Im Trip drin. Oh, da oben, da oben. Fernkampfendien. Nein! Nein! Weichet von mir! Immer schön ausweichen. Da oben einer. Da oben, da oben, da oben, da oben. Das sind die Gefährlichen. Nein! Nein! Ja, die haben mich tatsächlich auch schon ein paar mal erwischt. So ist es nicht. Alter, das nenne ich mal einen ordentlichen Drogen-Trip. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Obwohl ihr dieses Video hoffentlich eh nicht guckt. Das Spiel ist nämlich ab 18. Das ist nix für euch. Oh, da oben, da oben, da oben. Laser-Alien. Alter, wie lang geht denn das hier? Da ist doch einer. Wow, fuck! Sie sind überall! Oh, das war's tatsächlich schon. Das haben wir noch gar nicht so schlecht gemacht, hm? Und nachdem, ihr seht, die Likro-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein. Was sagst du? Wir diskutieren Globalisierung, das Staat... Bleib von mir weg! Aber es ist eine gute Grund! Ja, und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo hinterlassen. Naja, ihr kennt die Miseria. Alles klar, danke euch fürs Zuschauen. Tschüüüüüss! Was sagst du? Ich bin im Gym!